malzeit und damit willkommen zur chaoten baustelle mit dabei ist der bodo mit dem bagger der jaja der jodljosh quasi der jodljosh ja ich hab mal zuvor mich um zu benennen und mir hast du jetzt gar nicht gesagt wer ich eigentlich bin toll du hast doch gesagt ich kennt man noch kommen aber auch so ach so jetzt weiß er jeder der deswegen der ordentliche machen und der bagger joe der ist auch da heilig und er hat uns so einstellen während der die aktie als bisher der echte werden der aktiven steigert der umgekehrt ich guck jetzt bei jeder fälfte schätze schätze wir brauchen auftritt aber der chef hat kein Prozent Funkgerät kräftige Leitstädte kann man hier eigentlich die Dinger hier schieben der Städte ohne auftraten holen bei dem ja nicht dass es nicht sein da rein und so weiter konnte er die wir müssen jetzt erst mal Prozent dem Bagger aufsammeln weil Prozent der Ehe dem Markt wir können verschiedene Sachen machen und wenn ich dann auch geht das nicht ja wir müssen den Bagger aufsachen ja das war jetzt nicht sinnvoll ich war das nicht ich fahr dem grünen Ding da in der grünen dem UNRN der Jack sitzt da einfach drin die kennt man denn zurück mit Q und A aber was ist mit dem alles so wo kann ich das denn sehen er hat und mit W also funktioniert das okay das sehen LR1 drücken was er tun muss besorgen ein Container vom Baustoffhändler wo ist der Baustoffhändler der ist direkt um die Ecke dass ich kann das auf der Karte irgendjemand müsste man erhältlich immer mit dem mit dem mit dem mit dem Anhänger in dieser Welt und den Stück wegfahren ja ich weiß das versuche ich aber warum ist denn meine Hilfe aus dem Bild auf der Karte ist den drücken wir einfach F1 und das war nicht aber ist aber nicht ich kann die ganze Zeit ist das Ding angekoppelt ich habe mich abliegen aber es ist ein bisschen das eine Farbe sind ja weil ich gerade an Koppelklusche mit C jetzt bitte rechts abliegen da rein ja da habe ich das mal Party gemacht haben ja genau Meldung 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 Parkplatz ein so aussteigen oder was ja dann doch angekoppelt so jetzt noch was ist das ist die Sorge jetzt Stützfuß hochfahren wir müssen wir was besorgen ein Container okay er soll man auch auf Steuerung oder Schiff Kuh und dieser E-Mail-Royer Bruch alles weist immer Containers gekauft ein weiterer Kosteste vom Bagagio die Arzt um wir brauchen Container die Hase die Säte sind fünfhunderten ist der Schichter der den Brauch und die Baustelle um Geld zu verdienen ja gut okay aber so ein Teil in der Karte ich habe das war das das war alles klar wird ich habe jetzt gesagt ich dachte ich noch mal ein Stück weiter vor das hat sie mit dem Diener nicht navigieren oder was doch aber du musst du musst jetzt erst noch hier diese 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 Rampe ausfahren doch das auch noch ja ja äh naja das finde ich jetzt einfach unkorrekt scheiße was mach ich das also ich komme jetzt vor wenn ich dich jage komme ich mir vor wie der Typ da mit der Kehrmaschine in Radfahrer gehängt ihr kennt doch diese kleinen Kehrmaschinen in der Stadt wieder so rumfahren ja was ist das für ein Typ und da hat mal der eine Typ die sagt warte mal der Kehrmaschinenfahrer hat man so ein Fahrradfahrer ich glaube ich muss ja erst mal wieder abkoppeln kann sein Herr aber wie kann ich denn das wieder zurücksetzen nee der muss ja eigentlich kannst du die die Sieferrücken kannst du so zurücksetzen, drück mal, drück mal Cup sieh, du müsst dich zum, äh, zum Dings zurücksetzen zum Büro das geht oben die Baustoffhändler nee das geht demnach nicht das ist ja voll doof Baustoffhändler left shift und ich mach doch schon das was da steht n was ich weiß nicht mal ein die die Stütze Wachstum Prozent Sitzel fettigert die da ja ja achte, warte, 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 es ist nicht so, dass die schreiten wir auch nicht um schreit nicht so es stelle ich nicht zwischen mich und mein Konferenz so jetzt wird und steht das ist die Züge so ausfahrende was er ist schiffen er habe jetzt nur ein Stückchen rückkehrt Prozent wir haben ja ich bin ja die Linke in die Linke Schiff Tasse ja Linke Schiff Tasse was macht die Erz weit die ganze Zeit aber da passiert nicht so das nicht mehr die Kuhl ist jetzt Sparze das ist ja auch mehr an passiert ist Barze ja jetzt noch weiter runter ja noch tiefer doch tiefer die Kasse Left Shift und Fall Tasse Sparze was ist in Sparze Container befestigt ja aber was ist in Sparze Leertaste ich drücke Leertaste es passiert effektiv nichts du hast jetzt den Container dran jetzt kannst du wieder hochfahren ja habe ich den jetzt dran ich glaube du musst die Baggerschaufel noch ein Stück reinziehen ein Stückchen vor ein Stückchen vorfahren wo genau stich die vorfahren da habe ich runter es gibt ja Sparze mit zwei Städte vor rost die die aber nicht ganz gut Becker ein den Noscht Wasser feiert wir müssen den bagger fest schnallen jetzt die nächste straße ich glaube mit elf war sie in zehn minuten das baustellen sind die unfähigen chefe und kollegen also wir haben da schon container besorgt ja wir fahren jetzt weg schöner jetzt bin ich davor aber dann mal euer dinge steht aber das abgesegnet das stimmt der tag als mein vorarbeiter der hat das ja hier schon ich bestes echt da hätten wir mit dem bagger ja mal eben hinfahren können oder ich auch gerade wir wollen das schneller gewesen wollte das üben da reinfahren da reinfahren nein 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 wir laden den bagger hier vorne nein was muss ich haben ein paar Jahre alt ist ein der bagger muss noch rein rein und zu den Pylonen markieren alle diese Physik davon dass es sei irgendwie dort stehen was ich da vor dem mit dem Container da dritten rein ich gehe ich weiß nicht mal wieder ein so ein Kasselung all das ist geil ja hier schreit so laut oder das spiel immer mehr und fahrt das sind jetzt so nach oben nach hinten ja genau so wie das gerade eben ja aber wie habe ich das denn gemacht wo müssen wir denn backern weiß ich noch nicht ist aber bestimmt noch muss der Container erst mal gehen Prozent die Paprika und die Schiff und die Pfeil-Tasten ich kann das er hilft und die Pfeil-Tasten der Weg wie wie schiebe ich das so nach hinten er entweder rechts oder linke Pfeil-Taste die Gapartner ich steige mal aus er wird voll die Noobs Barcom voll das geile Thumbnail draus machen finde das nicht korrekt so jetzt jetzt fahr mal hinter hier ich hab sogar Stützfüße ausgefahren meine tollen Lagen Stützfüße ich mach mal ein bisschen leiser hier ich hab's auch leiser gemacht all das ist laut das ist auch leiser gemacht ja ich hab ich hab das mal leiser gemacht vor allem dieses Vorsicht schaufel mal ich weiß ja oder mach mal jaja ich muss ja ich stehe ich stehe im Bagger warum funktioniert das bei euch mit dem grünen Ding da nicht das finde ich nicht korrekt F1 ist die Hilfe glaube ich so das tut so ich hab's auch mal ich kann das ja das uns nicht irgendwie alles nicht so ganz so wie es sein sollte ich hab das ich hab vor das Tutorial gespielt ich hab vor das Tutorial gespielt mit A und D kannst du auch links und rechts drehen äh das ist das Geile links geht aber rechts nicht äh witzig also irgendwie you have changed the Tasten bitte ich kann nicht in der Schaufel reinhüpfen ich kann dir die vor den Kopf hauen warte so Nikolio gib mal weg ja dann mach du halt jetzt macht doch nun denn Karsten ist auch beiget ja ich hab das aber freundlich gemacht im Gegensatz wird die Bewerbung ich hab auch die Falltasten benutzt er hat aber nicht die Falltasten, mit Schwarze kann man das jetzt abhängen Guck mal, jetzt muss da gebaggert werden wo die pinke Markierung ist jetzt musst du mal wegfahren, Carsten Carsten, komm da mal her die neben dem Bagger und stellen ihn einfach woanders hin das sieht sehr koordinativ aus ja, ich muss gerade in die Stützwüse erstmal fahr du da mal weg ja, ich fahr doch schon ja doch, fahr doch mal weg PAM piep piep PAM 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 Wann wir den Bagger Jo platt fahren hier Hilfe, Hilfe Hilfe, Hilfe Wollen wir den Bagger Jo platt fahren hier Hilfe, Hilfe ich werde unterdrückt Können wir was anderes machen oder so nebenher Nee, wir können ihm zugucken Übrigens das Gelänge kommt daher mit der Internetverbindung und nicht von dem Spiel weil das Spiel, das hat man nicht 50 FPS ja, irgendwie kann ich nur in die Einrichtung 50 nur, Julian, du bist schlecht warum, wie viel hast du denn? 60 ich hab auch 60 ja, ich hab die höchsten 30,8758 ich hab die höchsten Einstellungen Carsten, du baggast dich hoch ja, ich bagger mich immer hoch äh ja, ich hab hier nicht nur raus du musstin schauen, dass ich hier raus holen ey, Jors, das war ein Rennen mal oh, oh oh oh, oh, oh oh oh, oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh oh, oh oh ahh oh, oh 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 die 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 so heute was klappt den F Kasten nicht ich will das ist noch das das ist scheiße hier wird zum Controller und so dann macht doch mal mit das Kasten die mussten die Komplettinnen und Bereiche ausbauen ach das habe ich schon ja ja ich bin jetzt vergaßt da habe ich auch mal hat irgendjemand die Zeit genommen wann wir angefangen haben nein aber ich weiß dann glaube ich einfach einen neuen Bagger ne komm ich mich steigt was auf die Schaufel noch und die ist nämlich super die habe ich nämlich äh ganz toll hier schon ja ja was machst du da äh nichts du hast doch die die Stützfüße hinten ach der ist zu weit weg warum bin ich so blöd dafür die Stützfüße einzufahren shift und Q oder shift und Q mach ich doch glaub ich left shift und Q so alter warum geht denn das nicht und jetzt äh so jetzt gehen die doch ja jetzt kippst du das Ding wieder um nein mach ich gar nicht guck das ist doch kacke ja die Stützfüße sind eingefahren ja aber du musst auch noch die Stelzen einfahren wo der Bagger drauf fährt guck mal alter was ist denn das so kompliziertes Ding mal gucken ob ich baggern kann das ist bestimmt voll schwer oh ja es ist nicht so ganz so einfach warte 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 ey ihr seid catch a lot mit euren Hupen da ja das ist der da Was Y und X so jetzt kann ich ja mal fahren wer ist da vorne drin ig macht den X und Y Me hierher bei der Bordigkeitschule drinnen erheuert zahlreiche Stadtschellen hallo war ganz schön alt 2 1 2 abwarten wird jetzt um Prozent in der Sünder für den Kasten die Wettbewerber denn die Wettbewerber hat hat du 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 ja in zwei Baggerarmen Prozent oder in der Karriere und die kommst du möchtest Jörg und Scholar noch eine Schildparte der Bewerblichkeitscheidung auf die Vorderreise haben wir heute nicht wie kann ich den großen Auslegungen zu laufen darfst du nicht erst mal ein eins das ist da habe ich noch also Kappern weiter für den Karte Gartenparte und ich habe heute schon ich hatte schon mal was vorbereitet und besucht die Grün gepackt der ist um aber das ist Prozent was hätten es denn gerne Ach, hör mal, äh, so, Sparrips Sparrips, die, 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 die guten und von gut und günstig, ja, die guten da kannst du, kannst du doppelt sparen, die guten von Aldi den Witz hat jetzt keiner verstanden ne, ist auch nicht schlimm Jules Schauer, der auf dem Schlüssel mit Deckelgrill, der werden ja auch schön saftig, den Nehmer mal hoch ja, das sieht eigentlich schon, kann ich hier durch die Wand fahren? ne, leider nicht Willkommen zu Cooking Academy mit Jules